Die Formel-BMW war eine Einsteigerklasse des Formel-Rennsports. Schon als 1,5-Jährige konnten Nachwuchspiloten mit dem Einheitsfahrzeug FB02 in den Automobil-Rennsport einsteigen. Die Rennserie stand innerhalb des deutschsprachigen Raumes in Konkurrenz zur ADAC Formel Masters. Konzept Zu allen Serien gehörten ein vielfältiges Ausbildungs- und Coaching-Programm sowie die Förderung aussichtsreicher Talente. Den jungen Piloten wurde mit der Formel-BMW ein Einstieg in den Formel-Sport direkt aus den Kart-Serien geboten. Nach dem Absolvieren der Formel-BMW stand den Piloten meistens ein Aufstieg in die Formel-3 oder in vergleichbare Serien bevor. Teilweise wurden die Fahrer dabei weiterhin von BMW gefördert. Prominenteste Absolventen der Talentschmiede sind die Formel-1-Piloten Christian Klin, Nico Rosberg, Sebastian Vettel und Nico Hültenberg. Technische Daten Die Fahrzeuge und Motoren waren weniger auf Leistung getrimmt, sondern eher auf gute Haltbarkeit und eine hohe Wartungsfreundlichkeit, um die Serie finanziell attraktiv zu halten. Alle Teams mussten identische Fahrzeuge einsetzen, an denen nur Unfall- oder verschleißbedingte Änderungen vorgenommen werden durften. Allerdings standen auch verschiedene Schraubenfedern zur Abstimmung zur Verfügung. Front- und Heckflügel waren einstellbar. Länge, Ratstand, Spurweite vorn, Spurweite hinten. Als Chassis-Hersteller hatte sich der französische Betrieb Maigel durchgesetzt. Die Fahrzeuge haben den Vierzylinder-Reihenmotor aus der BMW K1200S mit 140 PS 1171 cm Hubraum und zwei obenliegenden Nockenwellen. Die Wartung wird von der Firma Schnitzer gewährleistet. Aus Gründen der Kostendämpfung werden die Motoren verplombt. Es wird ein sequenzielles Juhlend-FTR200-L-Inks-Getriebe mit sechs Gängen verwendet. Alle Getriebeteile müssen eine Kennzeichnung haben. Es kommen Reifen von Michelin zum Einsatz in den Massen 2054-13 sowie 2254-13. Des Weiteren werden einteilige Aluminiumfelgen mit Zentralverschluss verwendet. Sicherheit Der Monoposto war ab der Saison 2002 am Start und vor allem auf hohe Sicherheit ausgelegt. Er übertraf die Sicherheitsanforderungen des Internationalen Automobilverbandes Vier an seine Klasse und griff Formel 1 Standards auf. Eigens für die Formel BMW hatte BMW Motorsport den Formel Rettungssitz Force entwickelt. Auch das Sicherheitssystem Hans war für alle Fahrer obligatorisch. Serien Von 2002 bis 2007 gab es eine deutsche Formel-BMW-Serie. Diese entsprang der Formel ADAC und fuhr bis einschließlich 2005 unter dem Namen Formel BMW ADAC, 2006 und 2007 fuhr die Meisterschaft unter dem Namen Formel BMW Deutschland. Letzter Meister wurde Jens Klingmann für Eifel Land Racing. Der ADAC gründete danach wieder eine eigene Nachwuchsformel-Serie, das ADAC Formel Masters. Die zweite Formel BMW Meisterschaft wurde in Asien auf Kiel gelegt. Unter dem Namen Formel BMW Asia trat die Meisterschaft von 2003 bis 2007 an. Wechselte aufgrund der Expansion des Fahrer-Einzugsgebiets. Hinzu kam der ozeanische Raum, jedoch ab 2008 den Titel zu Formel BMW Pacific. Die Serie fuhr im Rahmen der asiatischen Formel-1-Rennen sowie als Teil des Asian Festival of Speed, einer Veranstaltungsserie diverser Motorsport-Championate des asiatischen Raums. Die Serie verlor im Zuge von Umstrukturierungen innerhalb BMW Motorsports am Ende der Saison 2010 die offizielle Werksunterstützung, wird aber als JK Racing Asia Series fortgeführt. Von 2004 bis 2007 existierte auf der britischen Insel die Formule BMW Great Britain, welche im Rahmen der BTCC unterwegs war. Die letzte Meisterschaft der britischen Serie ging an den Schweden Marcus Ericsson. Parallel zur britischen Serie wurde auch in den USA eine eigene Meisterschaft für Formel-BMW-Fahrzeuge aufgelegt. Von 2004 bis einschließlich 2007 fuhr sie unter dem Titel Formule BMW USA im Rahmen unterschiedlicher amerikanischer Motorsport-Serien. Die unter der Flagge der IMSA stehende Meisterschaft expandierte ab 2008 zur Formule BMW Amerikas und suchte unter diesem Titel auch Rennstrecken in Mittel- und Südamerika auf. Ab 2010 wurde auf dem amerikanischen Kontinent keine eigene Serie mehr ausgetragen. Letzter Meister war Gabi Scharfs. Ab der Saison 2008 wurden die britische und die deutsche Formel-BMW zur gemeinsamen Formule BMW Europe zusammengefasst. Durch das neue Konzept im Rahmen der europäischen Formel-1-Rennen sollten die Piloten noch näher in das Geschehen der weiterführenden Serien geführt werden. Die Serie umfasste acht Rennwochenenden mit je zwei Rennen. Sie wurde im Zuge der Umstrukturierungen innerhalb BMW Motorsports am Ende der Saison 2010 eingestellt. Letzter Meister war Robin Frintz. Meister Formel-BMW-Weltfinale Von 2005 bis 2008 fand zum Ende des Jahres immer ein Weltfinale für alle Formel-BMW-Serien statt. Dabei wurde auf einer einzigen Strecke noch einmal ein Rennwochenende mit drei Rennen ausgetragen. Es standen sich Fahrer aus allen Serien gegenüber und ermittelten den besten Formel-BMW-Fahrer der zurückliegenden Saison. Der Sieger durfte im nachfolgenden Jahr einen Formel-1-Rennwagen des BMW Sauber F1 Teams testen. Nach einer Neustrukturierung der BMW Motorsportaktivitäten im Sommer 2009 fand das Weltfinale nicht mehr statt. Sieger verwandte Serien 2008 wurde in Spanien der Formule-BMW-Talentcup ins Leben gerufen, der aus je zwei Rennen in Barcelona, R.S. de la Frontera, Valentia, J.V. Monteblanco und Yaramah bestehen sollte. Die Serie wurde zwei Läufe vor Schluss eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt führte der Argentinier Camilo Echevarria die Wertung an. Das Konzept wurde für die Saison 2011 wieder aufgegriffen, wobei der Formel-BMW-Talentcup nun europaweit stattfindet. Es wird weiterhin das Einheitsfahrzeug FB02 eingesetzt, Fahrer von 14 bis 18 Jahren sind startberechtigt. Sieger Formule LO in der seit dem Jahr 2000 aktiven Schweizer Rennserie ist der FB02 seit 2009 Dk-Sekunden-Einheitsauto. Davor gehörte er bereits neben Formule Junior und BMW-Formula DRC zu den zugelassenen Modellen. Als Nachfolgeserie der Formule BMW Pacific wird seit 2011 die JK Racing Asia Series durchgeführt, in der der FB02-Bolide nach wie vor das Einheitsfahrzeug ist. Meister siehe auch Formel Junior. dann sch created KBS 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 KBS